Herzlich willkommen beim Video Wie werden ORR geteilt? In diesem Video erhalten Sie einen Einblick in die korrekte Kennzeichnung CC-lizenzierter Werke. Sie können damit Ihre Kenntnisse im Umgang mit der TULU-Regel fördern. Die TULU-Regel ist eine Eselsbrücke, also eine Merkhilfe für alle, die ein Werk unter freier Lizenz richtig kennzeichnen wollen. Das gilt für alle Materialarten, ob das ein Buch oder ein Bild, ein Video oder ein Podcast, ein Online-Kurs oder eine Präsentation ist. Kurz gesagt, das gilt für alles, was man unter einer Lizenz von Creative Commons, kurz CC, nutzen möchte. Dabei geht es um die Auflagen, die ich als Lizenznehmer erfüllen muss. Das heißt, es gibt ein Werk, sagen wir ein Foto, das eine andere Person unter einer CC-Lizenz freigegeben hat. Diese andere Person ist die Lizenzgeberin. Und ich möchte zum Beispiel das Foto auf meiner Website einbauen, also bin ich der Lizenznehmer. Das heißt, ich muss mich an die Bedingungen dieser Lizenz halten. Gleichzeitig gilt aber auch, die TULU-Regel ist wichtig für alle, die selbst etwas unter einer CC-Lizenz teilen wollen, also auch für Lizenzgeber. Denn nur mit einer sauberen Lizenzangabe wird es für den Rest der Welt tatsächlich ganz einfach, das Werk auch zu nutzen. Im besten Falle kann eine andere Person, zum Beispiel ich, den Lizenzhinweis einfach kopieren und bei der eigenen Verwendung wieder einfügen. Jetzt also zur eigentlichen Sache. Was verbirgt sich hinter TULU, kurz TULU? Neben den verschiedenen Auflagen der CC-Lizenzen, da gibt es ja zum Beispiel Namensnennung oder nicht kommerzielle Nutzung oder Weitergabe unter gleichen Bedingungen, gibt es einige Details, die für jede Lizenzart gelten. Und diese Details kann man sich anhand der fünf Buchstaben TULU gut merken. Ich definiere das gleich im Einzelnen mal durch und anschließend zeige ich ein fehlerfreies Beispiel dafür und gebe konkrete Hilfestellungen für den praktischen Umgang mit der TULU-Regel. Ich beginne mit einem schlechten Beispiel. Hier sieht man einen Lizenzhinweis, in dem fünf Fehler stecken. TULU, diese fünf Buchstaben stehen für fünf Elemente, die ich in einem Lizenzhinweis berücksichtigen muss und die hier im Beispiel alle nicht erfüllt wurden. T. T steht für Titel des Werks und der Titel wird hier gar nicht genannt. U. U steht für Urheber, Urheberin des Werks und auch diese Angabe taucht hier gar nicht auf. L. L steht für Lizenz. Hier steht zwar Creative Commons Lizenz, aber das ist nicht genau genug. Das zweite L steht für Link. Gemeint ist hier der Link zum Lizenztext. Und in unserem schlechten Beispiel fehlt auch dieser Link. Und schließlich das zweite U. Das steht für Ursprungsort, also die Quelle des Werks und auch das fehlt hier. Zusätzlich zu TULU braucht man unter bestimmten Bedingungen noch das V. Deswegen müssten wir eigentlich von der TULU-Plus-V-Regel sprechen, wenn man es genau nimmt. Und das V braucht man immer dann, wenn man ein Werk von jemandem anderen übernimmt und vor dem Verbreiten daran Veränderungen vornimmt. Das V steht für Veränderung. Das kann bei einem Bild zum Beispiel ein Zuschnitt oder eine Farbänderung sein oder bei einem Text eine Übersetzung oder eine Kürzung. Für diese Veränderung braucht es keine ausführliche, sondern eine klare und kompakte Auskunft im Lizenzhinweis, inwieweit man eine Veränderung vorgenommen hat. Hier kommt ein gutes Beispiel für ein Bild, zu dem der Lizenzhinweis mit der TULU-Plus-V-Regel erstellt wurde. T steht für Titel des Werks. Das ist quasi die Antwort auf die Frage, wie lautet der Name des Materials? Von der T-Regel gibt es zwar Ausnahmen, aber es ist viel einfacher, sich einfach immer daran zu halten. U wie Urheber des Werks. Das U beantwortet die Frage, wer hat das Werk erstellt? Übrigens, Urheberinnen und Urheber können sich frei aussuchen, wie sie genannt werden wollen. Also zum Beispiel mit Namen oder mit Pseudonymen, mit Organisation oder auch mit einem Link. Das erste L steht für Lizenz. Also für die Frage, unter welcher Lizenz wird die Weiternutzung erlaubt? Ganz eng damit verknüpft ist das zweite L. Es steht für Link. An dieser Stelle der Link zum Lizenztext. Und der Link beantwortet die Frage, wo finde ich den Lizenztext? Falls der Lizenzhinweis übrigens keine anklickbaren Links erlaubt, zum Beispiel weil er auf Papier oder auf Folie an der Wand steht, kann man auch einfach die Adressen des Links aufschreiben. Das U steht für den Ursprungsort und beantwortet die Frage, woher stammt das Material? Und schließlich noch das V, das für Veränderung steht. Das braucht man nur, wenn man ein Werk nicht einfach eins zu eins übernimmt, sondern etwas daran anpasst, also verändert. T-U-L-L-U-TOLU gegebenenfalls plus V. Diese Angaben braucht es, damit eine Lizenz gültig ist. Wer jetzt die TOLU-Regel in der eigenen Praxis nutzen möchte, bekommt an dieser Stelle noch drei praktische Tipps dafür. Erstens, ein hilfreiches Tool gibt es bei Creative Commons, also den Erfindern der CC-Lizenzen auf der Website. Mit dem License-Chooser findet man nicht nur die richtige Lizenz für das eigene Werk, sondern bekommt auch einen Copy- und Paste-fähigen Lizenzhinweis, der die TOLU-Regel komplett erfüllt. Man findet das Tool im Web unter creativecommons.org slash choose. Zweitens, es gibt eine Infografik von OR-info, auf der ist die TOLU-Regel wunderbar erklärt. Die Grafik kann man sich digital oder ausgedruckt auf den Schreibtisch legen. Und drittens, auf lizenzhinweisgenerator.de kann man sich automatisch einen Lizenzhinweis erstellen lassen, wenn man ein Bild aus Wikipedia oder Wikimedia Commons nutzen möchte. Das war die TOLU-Regel, eine Eselsbrücke zur Formulierung von Lizenzhinweisen, bei denen einer Veröffentlichung von OER nichts mehr im Weg steht. Übrigens für die Lizenzprofis noch etwas Detailwissenden. Das T, also die Nennung des Titels, ist bei Werken in solchen Fällen nicht zwingend vorgeschrieben, in denen vom Urheber eine Lizenz mit der Version 4.0 gewählt wurde. Außerdem ist nicht immer hundertprozentig klar, was ein Titel ist und was nicht. Beispielsweise ist ein technischer Dateiname, wie zum Beispiel pxl-2021-08-27.jpg, kein Titel. Aber es gibt Graubereiche. Meine Empfehlung, im Zweifelsfall interpretiert man unklare Angaben lieber als Titel, als dass man sie unter den Tisch fallen lässt. Zum zweiten L gibt es eine theoretische Alternative. Man braucht keinen Link zum Lizenztext, wenn man stattdessen eine Kopie des kompletten Lizenztextes dem Werk hinzufügt. Das ist allerdings aufgrund der Länge des Lizenztextes in den meisten Fällen sehr unpraktisch. Ein Link ist da deutlich einfacher. Die Tullu-Regel wurde im Deutschen erstmals 2016 auf OER-Info vorgestellt. Sie ist eine Übersetzung, Anpassung und Erweiterung von einem englischsprachigen Vorbild. Bei Creative Commons ist für die englischsprachigen Buchstaben nicht von Tullu, sondern von Tassel die Rede. Die Idee für die deutsche Eselsbrücke Tullu stammt von Sonja Borski. Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. Die Tullu-Regel steht für T für Titel des Werkes. Das kann bei der Lizenzversion 4.0 entfallen. U für Urheberin. Der Name kann frei gewählt werden. L für Lizenz. Nochmal L für Link zum Lizenztext. Und U für Ursprungsort. Das ist die Quelle des Werkes. Und optional gibt es noch das V für Veränderungen. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihre Kenntnisse im Umgang mit der Tullu-Regel erweitern. Und wir sehen uns im nächsten ORR-Video. Bis bald! Bis bald! Musik